Hallo zusammen, heute nach der Arbeit gleich im Keller gewesen und das Training durchgezogen. Viel Spaß euch in diesem Video. So, da schauen wir mal auf den Plan und der Plan sah aus, Arme und Schultern nach der Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.